Die Future Skills Studie war wichtig, damit die Unternehmen den Trend für die Zukunft sehen, denn der wurde ebenfalls mit modernen Mitteln abgebildet. Jetzt ist es an uns allen zusammen, diese Qualifizierung umzusetzen, Angebote zu erarbeiten. Die Arbeitnehmer müssen die Angebote annehmen und nur so können die Unternehmen in Zukunft so viel entwickeln und auf diesem Niveau produzieren, wie das heute möglich war.